recht herzlich willkommen zur folge nummer 19 von city skylines ja sind wir wieder im spiel drin und wir haben letztes mal den verkehrsfluss gesteigert gucken wir doch mal gerade noch mal rein wie sich das weiterentwickelt hier da hinten aber immer noch so richtig schicke rote stellen obwohl wir jetzt hier eine einbahnstraße gemacht haben und dieses da abfließen und dazu fließend sie knubbelt sich hier immer noch an der ecke eigentlich macht das keinen sinn dass sie sich da knubbelt würde ich jetzt mal sagen ob es das war nicht das set das war sechs mal eigentlich müsste es doch weniger werden hier kommt kein verkehr warum fangen die einfach weiter durch obwohl jetzt ist es glaubt immer rot oder es ist schon rosa hätte ich jetzt beinahe gesagt da ist natürlich auch noch schäbig sollte man dieses stück kreuz straße hier weg nehmen vielleicht besser schwierige sache eine tolle stadt das weiß ich ja bäume werden halt gefällt wenn man straßen baut das bleibt nicht aus ja viele tiere ist klar durch die grüne energie den geldbeutel haben wir nicht verloren den hat einer eingesackt sonnenaufgang ist auch toll klar und dann die bäume noch mal dann haben wir den kleinen piepmatz da oben wieder erledigt was sagt er denn hier zu wenig dienstleistung ok das kann man hier gleich das wäre schön wenn das nicht dann weg geht dass man das auch wegklicken kann oder auch sagen kann hier zack gelesen weg gut wie sieht es aus wir müssen jetzt noch 800 neue bewohner machen es wird commercial gefragt den würde ich ja jetzt schon fast hier an dieser hauptstraße noch mit dran ersetzen ja machen wir mal dahin dieses kleine entchen auch noch und die grünen können wir da noch machen genauso wie da und wie sieht es hier aus das geht auf jeden fall wie groß ist das auch das reicht noch dann machen wir da auch noch den kommerz hin ja bei der straße ist dann nachher zu überlegen ob es blau wird oder grün wird aber grün eigentlich ja nicht nachher immer noch was zugesetzt da müssen wir noch eine straße rein machen so eine schicke straße die vielleicht so kommt ne machen wir so ein bisschen geht das von da aus auch noch rein ja von da geht es auch noch rein und ja der will nur da einrasten dann machen wir das doch oder so und das ist ein schönes wohnviertel was hat man hier überhaupt da müssen wir das für ausmachen damit wir das wissen ach das war das bustepot ok das sollte eigentlich die einwohner nicht gerade stören oder kommen wir mal erstmal hier grün noch hin da müssen wir noch wasser dann legen glaube wir machen nur erst in der mitte der friedhof ist gegenüber dass es wieder bei keiner rolle würde ich sagen hier geht nichts nein nein gut das passt wasser dahin ok von da bis nach da und von dort nach dort drüber und dann nach dort und dahin passt das viertel sollte auch funktionieren wasser haben wir noch budget mäßig was über wird lassen wir so dann müsste das schon besser laufen oder sehen wir ja wenn wir hier direkt reinklicken ist wieder im grünen bereich so stromtechnisch da gibt es eine verbindung tatsächlich beim friedhof naja wenn es so ist ne ja stellt sich die frage was wir hier gegenüber vom friedhof machen sollten sanatorium könnte dann dahin oder was das busdepot was haben wir hier oberschule macht sich aber gut oder so der kommerz möchte noch mehr haben immer noch mal hier rein hat da ist aber alles dingens wie heißt es da komm zack das ist grün das ist falsch das ist richtig da ist auch schon kommerz vorhanden hier neben dem krankenhaus kommt zack da müssen wir noch straßen irgendwie reinsetzen das kann nicht alles sein das krankenhaus am rande der stadt oder das bald auch nicht mehr wasser war gefragt aber das ist hier wunderbar alles angeschlossen passt gut straßen ja doch straßen brauchen war und zwar hier rein vielleicht noch von dieser großen straße straßen abführen ist das richtig nein die muss ein bisschen kurvig werden auch die macht am ende so eine kurve dann jetzt verstehe ich das auch nee das will ich ja hier nicht da müssen wir erst so und dann so ein bisschen so und dann da eher gerade lassen wir mal so wohnflächentechnisch aber ich komme erst nach dem wasser ist nur hier vorne das heißt wir müssen eine wasserleitung reinlegen da kommen dann ziehen wir so gerade schon bis dahinten durch dass das alles mit wasser voll ist so und dann wohnen bereich oder so ne da ruhig noch hin da weglassen damit dann noch eine straße rein kann und da können wir auch was für das gebiet lassen so dass wir noch irgendwie nachher was bauen müssten oder da ist ein park dann können wir da auch weitere häuser machen hier lassen wir noch frei falls noch was brauchen das sieht alles gut aus oder der geht nicht mehr hier lassen wir noch frei für eine weitere straße und das lassen wir auch noch so 6900 leute haben wir ein bisschen weiter raus über sich zu kriegen haben wir die holzindustrie ja gucken wir weiter wie sieht es mit unserem müll aus mülldeponie schon fast voll bei siebenhalb können wir glaubten null verbrennungsanlage machen ja schwierig ne da machen wir erstmal nix das lassen wir noch da müssen wir noch abwarten gesundheitswesen ja sieht eigentlich relativ gut alles aus da hinten ist gar kein gesundheitswesen in der industrie gefragt ich hatte immer gedacht so für arbeitsunfälle aber das ist gar nicht gefordert nur wohngebiete brauchen die und da sieht es überall noch im passenden bereich aus friedhofstechnisch auslastung gerade mal 18 prozent also auf friedhof reicht für die leute noch was macht denn das krankenhaus das gehört allgemein dazu passt schon feuerwehr technisch da mal ein bisschen zu machen noch mal natürlich eine große feuerwehrhaus ein großes feuerwehrhaus können wir uns dicke leisten haben wir noch keins oder haben wir schon eins glaubt das können wir mal hierhin bauen da ist das oder hier eigentlich müsste das hier hinten hin machen wir es mal hier auf diesem ende hin so jetzt sollte die industrie dann auch nicht mehr so viel abbrennen sieht's mit polizei technisch aus das sieht super aus eigentlich die eine polizeistation die macht's momentan bildung hatten wir schon oder bildung ist auch nur in den wohnhäusern gefragt hier sieht es ein bisschen schlecht aus mit bildung keine ahnung warum da haben wir schon eher das problem dass die schulen uns fehlen das müsste eigentlich hier so irgendwo rein dann müssen wir da was wegreißen dann müssen wir da was wegreißen wenn wir es dahin bauen hätten wir schon einiges an gebiet abgedeckt ne ja ok passt schon oder so wie sieht es mit der buslinie aus eigentlich noch ganz gut da oben ist ein gebiet wo wir jetzt noch nichts haben und hier ach das geht alles noch ich glaube das können wir erstmal abwarten noch weiter da sind ja einige linien die funktionieren hier wäre noch was was man machen könnte sicherlich aber muss man das erstmal noch nicht glaube so parkmäßig da ist es natürlich so ein bisschen schlecht ne brauchen eigentlich viel mehr parks ne wie groß ist der der ist ziemlich groß so da kommt einer hin wie ist mit dem park der ist kleiner vielleicht hier so hin der hat so eine reichweite zu dem aber es spielt gar keine rolle wir brauchen mehr davon da ist einer hier fehlt es aber noch komplett da dran ne vielleicht hier so hin komm machen wir mal da ein hin hier hinten fehlt es dann an der erholung komm der park direkt neben dem friedhof das ist doch eigentlich richtig gut oder dann können die vom friedhof gleich im park spazieren gehen hier ist noch etwas kleineres kriegen wir das hier irgendwo ans industriegebiet hin da soll mal irgendwie eine straße vielleicht durch ne lassen wir mal besser was haben wir hier noch ach so eine shoppingstatue können wir da irgendwo hinsetzen komm die machen wir hier gleich hin hat sich das auch erledigt komm fertig alle glücklich das haben wir noch nicht ja das budget lassen wir erstmal so stehen denke ich jetzt gehen wir nochmal gerade kurz mit dem bagger spazieren das weg das weg das weg das weg ich glaube das ist das ja passt hier sind sie alle weg dahin liegt müll rum da ist noch ein häuschen irgendwo zwischen haben wir erwischt ich glaube es sieht soweit gut aus wie sieht es hier unten am rande aus das ist nicht das problem was steht da wo ein gebäude steht in flammen aber feuerwehr abdeckung war doch gut oder da werde ich jetzt nicht hinterher haken hinter einem haus gut aber dann würde ich sagen soll es für die folge auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss tschüss tschüss